Alhambra Die Alhambra ist die größte Sehenswürdigkeit von Granada. Seit 1984 ist der Komplex aus Stadtburg, Palästen und Gärten als Weltkultur aber anerkannt. Sie gehört zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Europa, trotzdem hält sich die Anzahl der Besucher in Grenzen, weil zur Besichtigung der Nasser Aiden Palästen nur eine genau begrenzte Besucherzahl im Halbstundenrhythmus zugelassen wird. Geschichte Die Alhambra, besser gesagt die Al-Kazaba, geht auf das 9. Jahrhundert zurück. Palacio Nazaris und Genera Leif wurden im 13. und 14. Jahrhundert unter den Sultanen Ismaili, Yusuf I. und Mohammed V. gebaut und von den katholischen Königen später ergänzt oder umgebaut. Sie wollten die Vorstellung eines Paradieses auf Erden schaffen. Die Alhambra hat Erdbeben, Explosionen, Napoleons Drohung, sie zu sprengen und den normalen Verfall überstanden. Sie wird ständig mit großem Aufwand restauriert. Bereiche Alhambra, Arabisch, gleich Alhamra, kann man mit die Rote, Burg, übersetzen. Wer Granada besucht, muss die Alhambra besichtigen, viele besuchen eher Granada im Zusammenhang mit einer Alhambra-Besichtigung. Eintrittskarten sollte man zumal in der Hauptreisezeit unbedingt vorher buchen, das geht unter anderem auch über Banken, die dies in ihren Schaufenstern anbieten. Wichtig, die aufgedruckte Uhrzeit gilt nicht für den Zutritt zur Alhambra allgemein, sondern für den Zutritt zum inneren Kern der Anlage. Wer da zu spät eintrifft, der wird unerbittlich abgewiesen. Wer Glück hat und zudem ein wenig Spanisch spricht, dem weist man den Weg zum Büro, wo man nach inquisitorischer Befragung eine neue Eintrittsberechtigung erhält. Touristisch gesehen besteht der gesamte Komplex einerseits aus der von trutzigen Mauern umfassten Burganlage selbst, den Gärten im Norden und dem Park- und Einlassbereich im Westen der Burg. Der riesige Parkplatz ist über die Umgehungsautobahn Rondasur aus allen Richtungen leicht und gut ausgeschildert zu erreichen. Von dort aus führt der Weg zum Einlasspavillon mit Museumsschub und kleiner Bar. Nach dem Einlass führt ein kurzer Weg in Richtung Alhambra. Vor der Burg zweigt man entweder nördlich ab zum Sommerpalast der Kalifen, dem Generalife, die höher gelegenen Stadtgärten sind öffentlich zugänglich. Östlich betritt man nach wenigen Metern die eigentliche Burganlage. Hier findet man die weniger spektakuläre Medina, die früheren Wohnbereiche der Bediensteten, von denen aber nur noch die Fundamente erhalten sind. Danach gelangt man in den Zentralteil mit den Hotelanlagen des Parador und Hotel America, Shops, sehr großzügig dimensionierten Sanitäreinrichtungen und dem Renaissance-Palast Karls V., der das Alhambra-Museum beherbergt. Dieser Bereich ist über die Verta de la Justitia im Süden auch öffentlich zugänglich, man kann aber hier keine Tickets lösen. Unterhalb des Karls-Palastes befindet sich der Eingang zu den maurischen Nasseridenpalisten, wo sich jeweils die Schlange zu den halbstündlichen Zulassungszeiten aufbaut. Östlich gegenüber baut sich trutzig die Al-Kazaba, die eigentliche, militärische Befestigungsanlage auf. Klima man sollte bedenken, dass wegen der Nähe der oft bis in den Mai schneebedeckten Sierra Nevada die Morgentemperaturen sehr kühl sein können. Mitte April kann es morgens um 8 Uhr nur 3 bis 4 Grad warm sein. Öffentlicher Fernverkehr, siehe unter Granada. Mit dem Auto man sollte beachten, dass der A44 im Stadtgebiet von Granada morgens und abends stark befahren bis überlastet ist und in der Zeit von 8 Uhr bis 10 Uhr bzw. 16 Uhr 30 bis 19 Uhr mehr Zeit einkalkulieren. Von Sevilla oder Malaga über der A92 nach Osten und an der Ausfahrt 125 auf der A44 nach Süden in Richtung Motril wechseln. Die Abfahrt zur Alhambra ist beschildert. Von Motril im Süden über der A44 nach Norden. Die Abfahrt zur Alhambra ist beschildert. Von Madrid oder Chayen im Norden über der A44 nach Süden. Die Abfahrt zur Alhambra ist beschildert. Von Almeria im Osten über der A92 bis zur Ausfahrt 119 und dann auf der A44 in Richtung Motril, Süden, wechseln. Die Abfahrt zur Alhambra ist beschildert. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln Die roten Minibusse C3 und C4 fahren von der Haltestelle an der Viacolon vor der Kathedrale bis etwa 22 Uhr 10 minütig zur Alhambra. Das Einzelticket kostet 2016 1,20. Sie sind durch die Bezeichnung Alhambrabus gut erkennbar. Die engen Gassen im Real Ejo produzieren allerdings immer wieder längere Staus, sodass ein Zeitfenster einkalkuliert werden sollte. Die Taxifahrt aus der Innenstadt zur Alhambra kostet etwa 5 Euro, 2013. Zu Fuß ein Aufstieg per Pedese unter dem Papel Alleen ist sicher auch pittoresk, aber steil und anstrengend. Von der Plaza Nueva aus führt die Questa de Gumeris durch mehrere, auch baulich interessante Tore hinauf. Am nördlichen Ende der Carretera del Daro unterhalb des Albayicin, am Paseo de los Tristes, führt der Pflasterweg Questa del Recico hinauf zu den Gärten. Hier gibt es aber keinen direkten Zugang zu den Palästen der Alhambra, für einen Abendspaziergang mit schönen Aussichten ist er aber immer gut. Gebührenpermits Die Anzahl der Besucher in den zentralen Bereichen der Alhambra ist limitiert. Pro Tag gibt es 7000 Eintrittsparten, je 3300 Tickets vormittags und nachmittags und 400 Tickets abends. Möglichkeiten des Ticketkaufstickets können für denselben Tag am Schalter, im Voraus in jeder Filial oder an den gelben Bankkommaten der La Caixa Bank in Spanien oder online, Ticketmaster.es, nur spanisch-englisch, gekauft werden. Das jeweilige Partnergeldinstitut wechselt, früher war es die BBVA Bank, aktuell, 2013, La Caixa. In beiden Fällen kommt es aber immer wieder zu Problemen beim Ticketkauf vor Ort in deren Filialen wie auch beim Ausdruck im Voraus bestellter Tickets dort. Der schnellste und sicherste Weg, an seine vorbestellten Tickets zu kommen, ist der Pavillon von Ticketmaster im Einlass der Alhambra, vor dem Eingang rechts gehen, er befindet sich hinter dem Museumsschob auf der rechten Seite, schräg gegenüber der kleinen Bar. Hier können auch tagesaktuell via Kreditkarte Karten gekauft werden, allerdings mit einem Kommissionsaufschlag von 10%, dafür mit deutlich kleineren Wartezeiten. Eine weitere Möglichkeit in der Stadt bietet der Alhambra Schalter in der Calereis Catholicos NO40, dessen Öffnungszeiten aber gerade im Winter rätselhaft bleiben können. Der Kauf am Schalter, bei den Parkplätzen der Alhambra, ist an vielen Tagen ein Glücksspiel. Es gibt manchmal sehr lange Schlangen und nur eine begrenzte Anzahl von Karten für die General Admission, die schon kurze Zeit nach Öffnung ausverkauft sein können. Deshalb empfiehlt sich der Kauf im Voraus. Wer bei seiner Ankunft kein Ticket mehr ergattert, dem bleiben noch die Gärten, die eigentliche Burg Akasaba oder die öffentlichen Bereiche, oder der Gang zu den örtlichen Reiseanbietern, die Führungen anbieten. Dort sind oftmals noch Buchungen möglich, allerdings zu teilweise horrenden Preisen, auch wenn es die Führung durchaus wert ist. Wer es einrichten kann, sollte in der Nebensaison, November mehr, morgens an einem Werktag kommen, dann gibt es gute Chancen ohne lange Wartezeiten ein Ticket zu erhalten. Im Internet gebuchte Karten, nur mit Kreditkarte, kann man an den erwähnten Automaten, rechts vom Eingang, in Eintrittskarten eintauschen. Man steckt einfach die Kreditkarte in den Schlitz der Maschine, wählt Collect-Ticket und die Tickets werden gedruckt. Zu beachten, für jede Ticketart gibt es einen eigenen Automaten, die entsprechenden Hinweisschilder hängen darüber. Die Buchung sollte man in den Sommermonaten zwei bis drei Monate vor dem Besuch vornehmen, nur so ist gewährleistet, dass man zu dem gewünschten Termin auch die passenden Tickets bekommt. Auch kann man sich dort die Uhrzeit für den Besuch des Palacio Nazaris selbst aussuchen und so seinen Rundgang besser planen. Dabei sollte die Uhrzeit nicht zu spät angesetzt werden, drinnen bleiben kann man nämlich, solange man will, die vordergründig gute Idee, einen weniger belegten Zeitraum zu wählen, führt hier nicht weiter, am Besuchstag werden alle Termine voll bebucht sein. Gute Informationen bietet die Informationsseite des Patronato Alhambra. Über 65-Jährige, Behinderte mit Ausweis sind größer als 33% Einschränkung, sowie Inhaber von Besichtigungs- und Ticketmöglichkeiten Es gibt verschiedene Tickettypen. General Admission, 14 Euro, 2016, Zutritt zum Palacio Nazaris, zur Burg und den Gartenanlagen, diese Tickets sind limitiert. Kleines Ticket, 7 Euro, Besuch der Gärten, Partal und Generalife, und der Burg Akasaba. Abendticket für den Palacio Nazaris, 8 Euro, diese Tickets sind limitiert. Abendticket für die Gartenanlage am Generalife, 5 Euro. Zu beachten, der Einlass für die Abendtickets erfolgt direkt vor dem jeweils Gebäude, der Einlasspavillon ist dann geschlossen. Die Karten müssen also auch im Voraus besorgt werden, es gibt keine Abendkasse. Wer den Nasseriden Paläste bei Nacht sehen möchte und keine kleine Bergtour unternehmen will, ist gut beraten, sich mit dem Taxi zum Palast Karls V. kutschieren zu lassen. Blaues Ticket, Abendticket für den Palacio Nazaris, plus Ticket für die Burg und die Gärten am nächsten Tag, 15 Euro. Rotes Ticket, Möglichkeit zu 15 Besuchen innerhalb eines Jahres, 10 General Admission, 5 Abendtickets, 100 Euro. Daneben gibt es noch besondere Führungen und Sondertickets, mit deren Hilfe sonst nicht begehbare Teile der Alhambra besichtigt werden können, was aber mehr für fortgeschrittene Alhambra-Besucher interessant sein dürfte. Bei der Besichtigung sollte man beachten, dass man mit dem Ticket nur zu einer vorgeschriebenen Zeit in den Palacio Nazaris, Nasseriden Palast, eingelassen wird. Wer die Zeit verpasst, wird den Palast nicht besichtigen können. Al-Kazaba, Medina und Generalife können mit einem Vormittags-Ticket von 8.30 bis 14.00 Uhr und mit einem Nachmittags-Ticket von 14.00 bis 19.00 Uhr besichtigt werden. Kostenlos zu besichtigen sind, beide Museen sind montags geschlossen. Die Alhambra insgesamt ist am 25. Dezember und 1.1. geschlossen. Der Innenhof und Säulengang des Renaissance-Palast Karls V. Das Museum der Alhambra, im Erdgeschoss des Palasts Karl V., das Kunstmuseum, im Obergeschoss des Palasts Karl V., Zutritt für Bürger der EU kostenlos. Die Plätze und Anlagen zwischen der Burg und dem unteren Teil der Alhambra. Mobilität Die Bodenfläche der Alhambra beträgt 740 Meter in Ost-West und bis zu 220 Metern in Nord-Süd-Richtung, die Garten am Generalife kommen noch dazu. Als Fortbewegung stehen nur die eigenen Füße zur Verfügung, Fahrzeuge sind in diesem Bereich nicht zugelassen. Rollstühle sind in vielen Bereichen möglich, es wird aber eine Hilfe benötigt, um das Kieselsteinpflaster und die teilweise steilen Rampen zu bewältigen. Wer sein Ticket schon ausgedruckt vorliegen hat, kann sich auch mit einem Taxi durch die Porta de la Justicia ins Zentrum der Alhambra bis oberhalb des Palacio Carlos V. fahren lassen und seine Besichtigung von dort starten. Sehenswürdigkeiten Winter ein Wintersport Eldorado. Bis in den Mai sind die Gipfel mit Schnee bedeckt. Der Besuch der Alcazaba startet in der Nähe des Palasts Karls V. gehen sie durch die Pferda del Vino und weiter auf der Plaza de los Alli bis nach rechts zum Eingang der Burg. Auf diesem Platz steht ein Kiosk, das Getränke verkauft. Nicht alle Bauten stammen von den Mauern. Die Rauskatholikios, katholischen Könige, haben Teile hinzugefügt. Am Eingang muss man sein Ticket nochmals vorzeigen und gelangt in eine enge Gasse. Hier kann man eine Treppe hinauf auf einen Wachturm gehen und eine erste Aussicht auf Granada genießen. Wenn man weitergeht kommt man zur Plaza de Amas, Waffenplatz, auf dem noch die Grundmauern einer Zisterne und von Soldatenunterkünften zu sehen sind. Danach sollte man unbedingt den Torre de la Vela, Wachturm, besteigen, denn von hier oben ist der Blick auf die Sierra Nevada und die Stadt besonders schön. Unter dem Besucher liegt und andere die Kathedrale. Der Turm wurde durch ein Erdbeben im Jahre 1522 und durch die Explosion eines Pulverfasses im Daotal 1590 beschädigt. 1882 schlug sogar ein Blitz ein und zerstörte den Glockenturm, den die Christen hinzugefügt hatten. Der heutige Glockenturm ist neueren Datums. Die Glocke stammt aus dem Jahre 1733. Sie wurde als Alarmglocke benutzt. Rundgang durch den Nasseriden-Palast, Palacio Nazaris, der Eingang zu den Nasseriden-Palast befindet sich unterhalb dem Palast Karls V. folgen sie der Beschilderung. Dieser Palast wurde früher der Alte Palast genannt, denn der Neue war der Karls V. Die bedeutenden Kernbereiche des Nasseriden-Palasts heißen Mexua, Comaris und Leones. In der gesamten Anlage befinden sich eigentlich sieben Paläste. Leider sind nur ein Teil der Hofstadt und der Medina erhalten geblieben. Als dieser Palast gebaut wurde, war die maurische Kultur zur höchsten Blüte gereift, aber politisch war sie am Ende, weshalb sie als letzte Bastion der Maurem in Spanien 1492 fiel und von den Reis Katholikos zurückerobert werden konnte. Der Palast fasziniert neben der schlichten Architektur vor allem durch die Verdeutlichung der speziell maurischen Stilelemente, Licht, Luft, Wasser, grüne Gärten, Schweigen und Raum. Explizite Bilddarstellungen wie in christlichen Kirchen waren in der islamischen Baukultur verboten, sodass die Architekten Paradies und Herrlichkeit auf anderen Wegen darstellen mussten. Diese Kunst ist in den Nasseriden-Palästen sicher in einer sonst nirgendwo anzutreffenden Komplexität und Darstellungsfülle zu finden, die Räume sind angefüllt mit Lichtstrahlen, halbdunkel, stillen Wasserbecken, Blumen und Koransuren interpretierende Kalligrafien. Je nach dem aktuellen Zustand der Renovierungsarbeiten ändert sich auch die Führungslinie durch die Paläste. Die nachfolgenden Darstellungen können also nur die Hauptelemente beschreiben, sind aber nicht als Rundgang zu verstehen. Mexua Dieser Teil des Palasts wurde am stärksten durch die christliche Herrscher verändert. Hier wurden wahrscheinlich zu früheren Zeiten öffentliche Angelegenheiten verhandelt und Gericht gehalten. Man kommt zunächst in den Mexua-Saal, dessen Wände im unteren Teil mit Fliesen aus dem 15. Jahrhundert bedeckt sind. Die kunstvolle Deckenverkleidung aus Holz wurde 1995 restauriert. Am Ende des Mexua-Saals in Richtung Albayam befindet sich ein Gebetsraum mit einer ersten, schönen Aussicht auf das alte maurische Stadtviertel. Er wurde durch die Explosion im Jahre 1590 stark beschädigt und im 20. Jahrhundert restauriert. Sie betreten nun den Patio del Quarto Dorado mit einem Wasserspiel, einer weißen Marmorschale gefüllt mit Wasser, in der Mitte. Blicken Sie zurück auf die eindrucksvolle Fassade mit den drei Bögen, die auf Marmorsäulen mit Kapitellen im almohedischen Stil ruhen. Die Fassade des angrenzenden Comares-Palasts hat zwei mit Fliesen umrandete Eingänge und darüber zwei Doppelfenster. Die Fassade wurde im 19. Jahrhundert restauriert. In der Fassade befindet sich eine Inschrift in arabischer Sprache, die folgendes besagt, Apostroph meine Stellung ist die einer Krone und mein Tor eine Zweiteilung, das Abendland glaubt in mir das Morgenland. Al-Ghani Bila trug mir auf, den Weg zum bereits angekündigten Sieg freizumachen. Ich warte auf sein Auftreten, wie die Horizonte die Morgendämmerung erscheinen lassen. Möge Gott seine Werke verschönern, wie auch seine Erscheinung und Charakter schön sind. Apostroph Comares, der Myrtenhof hat seinen Namen von der um das Wasserbecken herum gepflanzten duftenden Myrtenhecke. Zusammen mit dem Botschaftersaal ist das der wichtigste Bereich der ganzen Alhambra. Die strengen Linien und ausgeglichenen Proportionen geben der Patio de Comares eine gewisse Erhabenheit. Hier traf der Sultan die Botschafter oder andere wichtige Persönlichkeiten. Dieser Komplex stammt aus dem 14. Jahrhundert. Der Comarenturm spiegelt sich im Wasser und ergibt ein faszinierendes Bild. Das Wasser ist ein wesentliches Element der ganzen Alhambra einschließlich Genera Life. Es fließt von einem Staubecken kommend durch die Seele in große Wasserbecken und sprudelt in marmornen Wasserschalen. Die Stuckarbeiten gerade auch in den kleinen Seitennischen sind bewundernswert. Sie bestehen aus Inschriften, die sich und andere mit den Siegbaresierers befassen sowie Ornamenten. Sehr schön ist auch die Darstellung des Lebensbaums. Der angrenzende längliche Vorraumsaal Adela Barca mit seinen reich verzierten Bögen liegt hinter der Galerie, aber vor dem zum Alba Isin gewandten, quadratischen Salon de Ambayadores, Gesandtensaal. Dieser Saal war das symbolische Zentrum der nasse aidesischen Macht. Man sieht raffinierte Stuckarbeiten bis hin zur prachtvollen Decke. Eine einzige Harmonie. Die durch die Glasfenster erleuchteten Nischen waren die bevorzugten Plätze der wichtigen Persönlichkeiten, die sich immer in den Ecken niederließen, das Fensterglas wurde 1590 durch eine Explosion zerstört. Die Decke des Salons besteht aus über 8000 Holzteilen. Man kann die sieben Himmelssterne der islamischen Eschatologie erkennen. Die Sterne mit acht oder 16 Elementen wurden regelgerecht aus den Intarsienarbeiten erschaffen. Die Wände sind fast vollkommene Wunderwerke der Stuckarbeit und Epigrafik. Der Ausspruch, es gibt keinen Sieger außer Allah wiederholt sich ständig. Wunderschön ist der Blick hinaus durch die Bögen der Salade La Barca in den Myrtenhof. Leones Im Palast Patio de los Leones, Löwenhof, waren die privaten Räume des Sultans. Um den Hof herum lagen die Räume der Frauen, Harem. Aber hier konnten auch offizielle Veranstaltungen stattfinden. Man betritt den Löwenhof vom Myrtenhof kommend durch einen Gang und ist sofort beeindruckt von den grazilen Säulen mit den Goldfransen einer vom Himmel herunterhängenden Spitze. Die Säulen sollen an den Palmenhain einer Oase erinnern. Vier Wasserläufe fließen auf die vier Hauptpunkte zu. Sie entsprechen den vier paradiesischen Flüssen. Die Säulengänge des Löwenhofs erinnern an Kreuzgänge christlicher Kirchen. Mohamed V., Erbauer des Hofes leitete persönlich die Bauarbeiten. Er lebte zwei Jahre lang mit seinem Freund und Beschützer dem kastilischen König Pedro I., der Grausame, zusammen. Dabei machte er Erfahrungen mit der christlichen Architektur. Pedro half ihm auf den Thron von Granada zurück. Den Löwenhof erbaute er nach seiner Rückkehr im Jahr 1362. Das war eine Zeit der Toleranz und des Austauschs der Kulturen zwischen Christen und Mauren. An den Wänden wiederholt sich der Ausspruch, es gibt keinen Sieger außer Allah. In der Mitte des Hofes steht der Löwenbrunnen, dessen zwölf Marmorne Löwenwasserspein. Sie symbolisieren die zwölf Tierkreiszeichen, die zwölf Monate. Früher war der Hof mit blühenden Sträuchern und Kräutern gepflanzt, deren Wurzeln das Mauerwerk beschädigt haben. Deshalb wurde bei der Restaurierung darauf verzichtet. Das Wasser wird über ein Aquädukt in ein Wasserbecken am höchsten Punkt der Alhambra geleitet. Von dort läuft es durch die Kanäle zu allen Becken und Schalen. Der Wasserdruck reicht aus, um die Wasserspeier des Löwenbrunnens zu versorgen. Er wird durch ein ausgeklügeltes System von Zulauf und Ablauf in etwa gleich gehalten. Vom Löwenhof betritt man auf der rechten Seite den Salon de Abengaraches, Abengaragensal. Der Name stammt von einer sehr einflussreichen Familie in Granada. Die Sultanin wurde in eine Liebessaffere mit einem Mitglied der Familie verwickelt, um den Zorn des Sultans heraufzubeschören. Die ganze Geschichte wurde von der Adelsfamilie der Senatus arrangiert, die mit den Abengaraches verfeindet war. Der Sultan ließ in diesem Raum alle 16 Männer der Abengaraches ermorden. Die rötlichen Flecken im Fußboden stammen aber nicht von diesem Blutbad, sondern von den Eisenbestandteilen des Marmors. Der Saal ist durch einen Kaminabzug gut belüftet und das Wasser trägt zur Kühlung der heißen Sommertemperaturen bei. Selten sind mehr als 22 Grad zu messen. Die wunderbare Decke spiegelt sich im Wasser. Im ersten Stock wohnten die Frauen mit den kleinen Kindern. An den Löwenhof grenzt im Osten der Saala de Justitia, Saal der Könige oder Saal der Justiz. Er ist in fünf Räume gegliedert. Drei Räume erhalten Licht durch die drei Portale aus dem Löwenhof. Zwei weitere Räume bleiben dunkel. Unter der Stalaktitendecke sind 20 Fenster mit Gips-Jalousien zu sehen. Betrachtet man den Saal vom südlichen Alkoven. Der Renaissance-Palast von Karl V. Karl V. war von der Alhambra so begeistert, dass er beschloss, neben dem Nasser-Iden-Palast sein persönliches Renaissance-Schloss zu bauen. Die Eroberung Granadas war ein Symbol für die spanische Monarchie. Berühmte italienische und spanische Künstler sollten der Stadt den Prunk einer christlichen Hauptstadt verleihen und ihr die gleiche Bedeutung wie zur maurischen Zeit geben. Dahinter steckte eine politische Absicht. Das war für die Alhambra glücklich, denn so wurden sie erhalten und verfiel nicht, wie viele andere maurische Bauwerke. Der Baumeister Pedro Machuca hatte in Rom mit Michelangelo und Raphael zusammengearbeitet und eine gute Ausbildung genossen. Dabei hat er die theoretischen Grundlagen der Renaissance kennengelernt. Er gab dem Palast einen quadratischen Grundriss mit einem großen runden Innenhof. Matschwa starb 1550 und übergab die Arbeit an seinen Sohn Louis und der übergab an Wanda Uria. Der musste sich den Richtlinien der Wanda Herrera fügen, was an den Treppen und im oberen Bereich des Hauptportals sichtbar wird. Der große, nach oben offene und runde Innenhof hat einen Durchmesser von 42 Metern. Ist schmucklos und schlicht. Im unteren Geschoss befindet sich das Alhambra-Museum und im oberen das Museum der schönen Künste. Beide Museen und der Palast sind außerhalb der allgemeinen Alhambra-Besichtigungen öffentlich zugänglich. Das Partalmann nennt den offenen Säulengang des Damenturms mit den Arkaden und dem Wasserbecken auf Arabisch Partal. Heute bezeichnet man das ganze Gebiet um den Löwenhof Partal. Es besteht aus kleinen Terrassen, Balkons, Gärten, einer kleinen Moschee und angrenzenden Häusern, Palästen, Treppen, Zisternen und Wegen. Vom Torre de las Damas, Damenturm, kann man den Barrio Albucin, Stadtviertel Albacin, die Gemüsegärten des Genera-Leif und Wasserbecken überblicken. Die maurischen Häuser aus dem 14. Jahrhundert sind bis heute erhalten. Der Palast des Sultans Yusuf I ist nur noch eine Ruine. Durch das Partal kann man zu den Gärten des Genera-Leif gehen. Der Damenturm wurde von Mohammed III. von 1302 bis 1309 errichtet. Er wurde im 19. Jahrhundert beschädigt und später restauriert. Wenn man auf der gegenüberliegenden Seite steht, sieht man ihn als Spiegelbild im großen Wasserbecken, in dem sich auch Goldfische tummeln. Die Anlage erinnert an den Myrtenhof, ist aber größer. Wenn man auf der gegenüberliegenden Seite die Treppe hinauf geht und dann nach links, hat man einen noch besseren Blick auf Turm, Wasserbecken und Gärten. Der Oratorio, Gebetsraum, eine kleine Moschee mit Seitenfenstern kann derzeit nicht betreten werden. Die Dorres, Türme, von den ehemals 30 Türmen auf dem Hügel Sabica sind noch 22 erhalten. Die Außenmauern wurden vor den Palastbauten Anfang des 13. Jahrhundert zur Verteidigung errichtet. Im 14. Jahrhundert verloren sie ihre militärische Bedeutung und wurden in kleine Paläste umgebaut. Auf Rundwegen kann man die Türme sehen und zur Stadt hinunter oder zur Sierra Nevada hinauf blicken. Auf diesen Wegen kommt man auch zum Generalife, Beschilderung beachten. Generalife auf dem Sonnenhügel ist das der gut erhaltene und gepflegte Ziergarten. Der Sultan konnte sich hier von den Regierungsgeschäften erholen. Man betritt die Gartenanlage von den Palästen oder der Al-Kazaba kommend, am Amphitheater, das 1952 gebaut wurde. Es gibt mehrere Wege zum Patio de la Azequia, Wasserbeckenhof. Man kann den linken Weg mit Blick auf Al-Kazaba und die beiden Paläste, sowie die unteren Gemüsegärten benutzen oder in der Mitte vorbei an Wasserbecken mit Springbrunnen gehen. Die Wege sind traditionell granadenisch gepflastert, einem Mosaik aus kleinen runden weißen und schwarzen Kieselsteinen. Diese Pflasterung macht die Wege attraktiv. Sie führen durch Zypressen, Myrten und Buchsbaumhecken, sowie Rosenspaliere vorbei an Orangenbäumen, Sträuchern und Blumen. Das wesentliche Element ist aber das Wasser. Am Ende des Weges gelangt man zum El Patio de Polo, Ausspannhof. Hier stieg man vom Pferde und ging die Treppe hinauf zum Patio de la Azequia mit seinen schönen Springbrunnen und Pflanzen. Man kann hinaufgehen und das schöne Schauspiel von oben betrachten. Foto, von hier aus kann man die Wassertreppe hinaufgehen und dann zurück zum Eingang. Praktische Hinweise natürlich sind die Rundgänge der wichtige Partie des Besuches in der Alhambra. Nicht außer Acht lassen sollte man allerdings entsprechende Pausen oder Ruhezeiten. In den Palästen und ganz besonders in den Gärten bietet es sich an eine Bank zu nutzen und dem geschäftigen Treiben einfach nur zuzuschauen. Bitte beachten, dass in den Palästen dabei nicht gegessen und getrunken werden darf. Im Zentralbereich der Alhambra zwischen Palacio Carl V. und der Pferda del Vino, die zur Alcazada führt, befindet sich ein riesiger Komplex mit Sanitäreinrichtungen und Schließfächern, in denen Habseligkeiten untergebracht werden können. Er ist zumindest bis zum Beginn der Nachtveranstaltungen geöffnet. Die Alhambra ist kein geschlossener Disney-Park, auch wenn sie angesichts der Besucherströme manchmal so wirken mag. Für jedes der einzelnen Versatzstücke benötigen sie ihr Ticket, auch für Personen, die kostenfreien Zugang genießen, speziell Kinder. Auch wenn wirklich überall Volonteers dabei helfen, den Strom zu regeln, sie also selten allein gelassen sind. Frühzeitige Information über die Zulassungsregeln und Wege kann hier viel Zeit ersparen. Speziell die kontingentierten Einlassregeln zu den Nasseridenpalisten werden strikt und gnadenlos gehandhabt, zu jeder Tages- oder Nachtzeit. In Anbetracht der halbstündlichen Schlange von 300 Personen ist auch frühzeitiges Erscheinen anzuraten. Einkaufen im öffentlichen Bereich um den Palast Karls V. sowie am Eingang gibt es die einschlägigen Souvenir-Shops. Der Museums-Shop am Eingangspavillon bietet durchaus anspruchsvolle Literatur und Kunsthandwerk zu allerdings gesalzenen Preisen. Küche innerhalb der Alhambra gibt es nur ein begrenztes Angebot an Speisen und Getränken. Neben den Hotels, siehe Unterkunft, sind dies Service-Punkte mit warmen und kalten Getränken sowie Knabberzeug und Kleinigkeiten. Außerhalb der Alhambra gibt es in unmittelbarer Umgebung des Einlass-Pavillons einige Restaurants, die als solide beschrieben werden und mit schönen Aussichten protzen können. Gastronomische Glanzleistungen sollten in der Art touristischer Umgebung allerdings nicht erwartet werden. Unterkunft innerhalb der Alhambra befinden sich. Ansonsten, siehe Untergranada.